Blocker. Wirklich eine sehr ekelhafte Fähigkeit. Es gibt wirklich Monster, die intelligent blocken und es gibt Leute, die unintelligent blocken, die zum Beispiel den Block direkt hinter dich machen, wenn du weglaufen willst. Das ist unglaublich, wie präzise diese KI ist. Und dann gibt es natürlich auch Monster, die sich selbst wegblocken, die einfach eine Mauer vor sich machen, damit sie einfach weglaufen. Ich kann gar nicht mehr an dich rankommen. Das finde ich auch immer recht witzig. Dann frage ich mich, warum die Dinger trotzdem immer rauskommen. Ach, schon wieder Champions. Lol, Champion, der alleine war? Habe ich auch noch nie gesehen. Da kommen noch genug Fücher raus. Also denke ich mal. Na gut, wir wollen doch keine mehr rauskommen. Oh, ein Schatzsucher. Ja, da müssen wir direkt angreifen. Ohne, neuer Armut. Das kämpft eher lieber mit Bogen, muss ich zugeben. Außer wenn die natürlich besser ist, was sie aber nicht ist. Kann man trotzdem zu Materialien verarbeiten. Ohne, neuer Armut. Als ich jung war, hörte ich Geschichten über den Sturz König Leorix. Aber es mit eigenen Augen zu sehen, das ist etwas ganz anderes. Das Böse versteckt sich hier nicht. Ich hab kann ja gelesen, das ist ein Drecksschild statt ein Dreiecksschild. da ein dreck schild die verwandeln sich immer dann sollte man schnell reagieren wenn die verwandelten halten wesentlich länger durch und machen viel mehr schaden bei allem was heilig ist seht ihr den feind warte ist auch so eine richtige fähigkeit ich brauche mehr disziplin alter ich habe jetzt echt angst gehabt dass ich sterbe das wäre fast so weit gekommen wenn ich mal durchlassen würde dankeschön man sollte sich doch mein gott der krieg den herz kraft worden und auch anscheinend schützes 12 geschicklichkeit na gut nehmen wir geschicklichkeit ist wichtig ausweichrate 10,05 prozent jeden zehntenschlag auszuweichen ist statistisch gesehen ziemlich viel also ich hätte unten jetzt hat euch nicht ein einziges mal verlassen ich hätte jetzt ja unten nicht so viel angst gehabt das ist meine pflicht ähm das gefühl wäre das andere gewesen als diese komischen one ich lade auf und one hätte dich vier hier weil von der habe ich übel angst aber ich bin mir immer nur in ferne geschädigt ich bin mir nur in ferne geschickt von welcher dann nicht wo 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 Das war's. Boah, haben die uns echt noch verwandelt? Der hat noch kein Life mehr. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. What's. Das war's. What's. Das war's. Hm. Das war's. 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 Meister, helft mir der verrückte Wachenschmied mit meinen Kopf! Na, warum glaubst du, ich würde etwas auf dein Leben geben? Tötet sie, meine Haustiere! Nun, da Dargon tot ist, wird niemand mehr meinen Ruf oder meine Entschlossenheit infrage stellen. Nun zu meinen Wahren. Ihr findet Mürten vor Besseren. Hm. Naja. Ich bin... Reiset, Akkara. Reiset, Akkara. Geh ich zweimal? Na gut, gehen wir das Wasser unten rein. Okay. Das ist nicht nabes. Das war's für heute. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Oh ja. Ein würdiger Gegner. Die haben nichts gemacht. Die haben nichts gemacht. Die haben nichts gemacht. Die haben nichts gemacht. Der hat nur eine weitere Einheit gemacht. Die haben nicht funktioniert. als ich das erste mal das gilt hat dann nämlich mit